Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Hinan Kurtulus und in diesem Video gebe ich euch einen tieferen Einblick in die Produktion hinter Tavango mit Subtropic. Und hier hinten wird es ganz interessant. Hier sind diese ganzen einzelnen Bausteine, nochmal so einzeln hingebaut mit Markern. Was sind das für zwei Synthesizer? Es ist wirklich der billigste Synthesizer, den man sich vorstellen kann, der Mini-Synth von Ethel Studio selbst. Zombination. Und der ist aber alleine. Also, wofür das Ganze? Dieser Sound? Hat natürlich, ähm, es ist sehr dominant. Hat ganz klare Formanten. Wir sehen das hier oben. Ja. Und damit das nicht zu plakativ ist, verknüpfen wir den mit einem Phothese-Sound. Und zusammen ergibt das einfach einen richtig starken Synthi. Jetzt wird es natürlich heavy. Das nächste ist Foo Mastering V1. Und ganz ruhig, Leute. Foo Mastering V1 gibt es natürlich für euch. Die Besitzer sind der Mixdown Mastering Series kostenlos. Oder der Mastering Patches vermutlich. Muss ich jetzt mal gucken, was ich hier erzähle. Muss ich das nachher auch alles richtig einstellen. Das komplette Video jetzt als Teil der Mixdown und Mastering Series auf www.futorial.de 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017